Wie ist die Zukunft der Konsumenten? Wie ist die Zukunft der Konsumenten auch noch Gruppendiskussionen, um tatsächlich bestimmte Typen von Consumer Netizens identifizieren zu können? Auf Grundlage der qualitativen Forschungsergebnisse haben wir einen eigenen Fragebogen entwickelt. Wir befragen insgesamt über 1000 Bundesbürgerinnen mithilfe eines Online-Panels. Wir hoffen uns, dass wir wesentliche Forschungsbefunde darüber bestätigen können oder überprüfen können.